Was hast du vor? Naja, bist du sehen. Boah. Und hallo und willkommen hier zur 115. Folge Sky Solated nach dieser kleinen Stream-Pause beziehungsweise dieser kleinen Aufnahmen-Pause von uns. Ja, in der Zwischenzeit, ja von den Aufnahmen her hier bei YouTube hat sich ein bisschen was getan hinten, weil wir haben ja zwischendurch mal gestreamt, so zwei, drei Folgen, was wir uns ja gleich mal angucken können. Ja. Und, ja, das machen wir doch einfach gerade mal. Ja. Ja. Da haben wir ja gar nichts großartig von gezeigt. Richtig, genau. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Baumfarm, die ist, glaube ich... Die hatten wir schon in der Aufnahme. Die hatten wir schon, ja. Aber hier hinten haben wir die Oak Barrels, hat die Schneckball. War ganz fleißig, die Schneckball, ja. Ja. Hat die Oak Barrels hier errichtet. Ihr habt vielleicht auch eben die ganzen Katzen gesehen. Wir haben ja einen riesen Rudel an Katzen wieder jetzt hier. Und, ähm, wir haben hier unsere ersten Versuche in Richtung automatischem Abbau von Bäumen. Genau. Oder, ähm, ja. Wir haben den Harvester versucht. Den Harvester, genau. Ähm, übrigens habe ich jetzt, das Einzige, was uns jetzt hier noch fehlt, ist, dass dieser Planter, es braucht Strom. Und Notuka hat in den Chat geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, habe ich nicht. Wir brauchen dafür auch noch einen Steam Dynamo und einen Aquarius Accumulator. Also müssen wir hier eine Wasserquelle, denke ich, mal hinsetzen. Oh je. Ne? Genau. Wie viel Umwand. Übrigens frage ich mich, was der da die ganze Zeit in unseren Kisten rumstalkt. Ja, der hat ja gar nichts verloren eigentlich. Der nervt hier die ganze Zeit schon rum. Ja, ja. Und ich habe, äh, gerade ein scheiß Lied im Hintergrund. Naja. Ich habe ein ganz gutes Lied. Ich habe das jetzt übrigens mal probiert. Für das jetzt mal auch, ja, während der Aufnahme. Mal gucken, ob mir das gefällt. Und, äh, ja. Ich habe übrigens hier Gummibärchen, die snacken wir mal. Oh ja, die könnte ich auch mal essen. Bringt das was? Wow, toll. Äh, gar nicht. Da habe ich doch lieber bei meinen gesunden Karotten setzten. Ja. Ich frage mich, was er hier will. Pass auf, dass der Hans Brust nicht mitmacht, ne? Ja. Ja, den lieber auf... Achso, und wir haben auch noch ein Nether-Portal. Da waren wir im Livestream auch drin. Im Nether waren wir auch drin, ja. Und wir waren auch ganz schnell wieder draußen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das war gar nicht gut, gar nicht gut. Wobei, ich muss sagen, doch, es war eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben sogar recht viel mitgebracht. Ich frage mal, wo habe ich da mein ganzes Zeug... Ich bin aber nicht gestorben, oder? Nee. Muss ja irgendwo sein. Das Blöde ist, dass wir, da wir nicht weit genug von den anderen weg sind und die ja auch ein Portal haben, kommen wir an der gleichen Stelle raus wie die anderen. Das heißt, wir gehen bei uns ins Nether-Portal rein. Aber wenn wir rauskommen, sind wir bei Nutoka und Kinsey auf der Insel. Genau. Ja. Und hier seht ihr, äh, Nether-Rack und, äh, Nether-Copper-Oar habe ich mitgehen lassen. Und, äh, eine Ender-Lily-Seed. Was auch immer das da ist. Können wir gleich eigentlich mal gleich anpflanzen. Das, oh, das brauchen wir für eine Quest. Aber die kannst du, glaube ich, nicht einfach so pflanzen. Oder Lava produzieren und dann eine Lava-Engine. Ähm... Ich brauche eine. Ja, sicher. Die, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die, äh... Ich probiere es halt aus. Ja, ich probiere es mal. Äh, 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 äh. Ach, nee, Dings. Wie geht nochmal eine, eine, eine Spitzhacke, also eine, eine Dings, eine Hake, so eine... Eine Hoe. Eine Hoe. Haben wir doch noch. Haben wir denn die noch? So, schon mal nicht. Ich idiotisch. Äh... Wo haben wir denn die Hows? Oh Mann, da habe ich wieder voll blamiert hier. Ja, bei der Aufnahme. Da, wird ein Hoe. Wie geht denn die Hoe nochmal? Ganz im Ernst jetzt? Naja, zwei Sticks. Ja. Und dann? Und dann zwei... Holzdinger. Startsache da oben. Ach Gott, oh Gott. Okay. Pernik hat mal wieder richtig, äh, ein... Bolzen losgelassen. So, mal gucken. Kannst du... Ich kann es pflanzen. Hier. Gepflanzt. Ja, supi. Wo hast du dich jetzt hingesetzt? Aber... Hier auf die Grundfläche. Einfach. Und dann mitten rauf. Ja, nicht mitten drauf. Hab's wohl gesehen. Was denkst du denn von mir? Dass ich das mitten drauf setze, oder was? Ja. Dankeschön. So, ich habe ihn... Er soll bitte meinen... Kannst du mir was zu essen mitbringen? Bist du so lieb? Naja, von mir aus. Du willst ja nicht, dass ich verhungere. Ne, das natürlich nicht, aber... Er ist mich hier, äh, beschuldigend, dass ich ja unser Ding verhunze, ne? Okay, aber scheinbar ja, ich dachte, wenn er schon hier ist, die können wir ihn auch mal eben, äh... Naja, nicht ausnutzen, äh... Um Rat fragen. Um Rat fragen. Ob wir das hier überhaupt richtig zusammengezimmert haben. Und er sagt ja. Wir brauchen halt nur noch Strom. Dann soll er sich hier mal bei uns bedienen und, äh... Das, äh, Fluid-Duct vom Sludge-Boiler ist falsch rum. Fluid-Duct, äh, das muss blau sein. Dann wahrscheinlich. Okay. Blau. Ausgang am Harvester und am Boiler. Hm? Blau gibt's. Huch. Ja, was, ich doch nicht. Hast du das Werkzeug? Diesen, dieses Tool? Ja, 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 ich hab das. Kann ich dann so eine komische? Warum kann ich das nicht mit, mit, mit Bonemeal? Ich kann das Zeug nicht mit Bonemeal groß werden lassen. Das ist ja krass. Ne, das geht auch nicht. Das dauert richtig krass lange, bis das wächst. Ah ja. Dann soll es mal wachsen. Okay, warte, warte, warte. Wo, was, 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 muss ich... Ähm... Das Fluid-Duct hier. Ja. Er sagt, es ist falsch. Aber ich kann dann, da gibt's nix blaues, ne? Ne, blau nicht. Aber wir nur tauschen, oder was? Einmal, dass das hier unten so ist, und dann hier so. Ich hab, weiß nicht, ob du das andere tauschen musst. Was denn tauschen? Da hat er ja nix von... Ja, das, von dem hier hat er ja nichts gesagt. Er hat nur gesagt, das Item-Duct-Ding vom Sludge. Und jetzt müssen wir pennen. Ich geh mal eben. Vielleicht kann er dir ja noch eben... Ich kann ja mit Kinsey pennen nehmen. Dann kannst du da weiter nochmal gucken. Lava-Generator heißt das. Mhm. Können wir ja gleich mal gucken. Aber ich muss erst mal panisch ins Bett. Und hoffe, dass... Lava-Generator. Lava-Generator. Lava. Lava. Lava-Fabrikator hab ich hier. Das ist das gleiche. Ey, also er hat Generator gesagt. Ich, äh... Lava... Also mal... Bio-Generator... Furnace... Lava-Generator. Ja, siehste. Er sagt, es ist nicht... Nicht schwer. Wir brauchen... Ne, ist es auch nicht. Ich glaube, das können wir sogar schon direkt bauen. Ach, ist das schön, eine Folge im Bett zu verbringen. Ich kuschel mich ein. Keiner kommt pennen von den... Hallo, Dries. Ja, ich geh grad, äh... Bisschen hier auf Monsterjagd. Ja, warte, ich komme. Gucken, ob ich schneller bin als die anderen. Woo! Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Oh Mann, ey. Ich war schneller. So. Du hast den Chat mal wieder nicht gelesen, ne? Nein, ich hab bitte... Ich hab das, äh... Dieses böse, böse Wort da jetzt einfach mal überlesen. So, ähm... Lava-Generator. Ich wollte... Das mal hier weg. Was mach ich in der Zeit? Ähm... Dummes Gesicht, aber einen guten Eindruck. Kann ich nicht. Das ist schlecht. So, erst mal grad gucken. Dann mach ich halt Erde. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Wir brauchen noch einen Block of Iron. Das kannst du mal machen. Du kannst mal einen Iron-Block machen. Okay. Fühlst du dich dazu in der Lage? Ja. Sehr schön. Aber selbstverständlich, Brainiac. Blöcke, blöcke, blöcke. Oh, dann haben wir aber kein Eisen mehr danach. So ziemlich keins mehr. Was? Wir haben doch so viel Eisen noch. Ja? Wie viel denn? Weiß ich nicht. Echt hast du... Aber Hauptsache sagen, wir haben noch viel. Wir haben noch genau elf. Ich dachte, wir hätten... Ja gut, eigentlich ist das recht viel. Ähm... Ja, gut. Okay. Aber da ich jetzt den Iron-Block gemacht habe... In Furnace geht einfach... Äh... Rundherum mit Cobblestone, ne? Ja. Ich packe dir den Iron-Block hier in die, ähm... Ich schmeiß mir grad hin, vielleicht. Noch einfacher. Jetzt ist er in der Kiste drin schon. Ah, perfekt. Okay. Das, das. Dann brauchen wir Redstone. Hast du den auch wieder eingetan? Wen? Eisen. Das restliche Eisen? Nö. Oder ist nix mehr übrig geblieben dann? Bei. Hast du den noch? Nein, nein. Ich meine nur nicht, dass wir uns nachher dann suchen und wir finden es nicht. Ich packe einen, ja. Genauso wie ich diese Flutducks... Jetzt, wo hatten wir die drinnen? Das ist da, das ist da. Die Flutducks, die waren wahrscheinlich beim Gerät schuppen drin, oder? Ja. Ich packe die da mal rein jetzt. Flut- und Itemducks kommen dazu. So, was mache ich jetzt mit dem Lava-Generator? Und ich stelle ich mal da hinten hin. Ja, und den müssen wir, denke ich, mal mit Lava befüllen. Müssen wir dann immer wieder kontinuieren. Ja, aber Lava-Generator bedeutet für mich, dass der immer Lava generiert, oder? Ja, aber womit denn? Wo soll ich den hinstellen? Hier mal links nebendran. Hier? Ja. Ich stelle mal an den Zaun aber ran. Ja, da muss, da muss Lava schon rein. Würde ich sagen. Ja, aber das ist ja total blöd, oder? Da musst du ja auch wieder immer wieder was nachfüllen. Ja, du hättest ja sonst auch, ähm, hätten wir ne Wasserquelle alternativ genommen mit dem anderen Ding und dem Steam Dynamo. Das wäre die andere Alternative gewesen. So, es ist jetzt aber schneller hergestellt. Nether Quartz. Irgendwer hat hier wieder keine Kabels aufgefüllt. Woher kriegen wir denn Block of Diamond? Ach du Scheiße, okay. Wofür das denn? Wofür kriegen wir denn Nether Quartz her? Ja, aus dem Nether. Haben wir ja Nether Quartz? Weiß ich nicht. Du hast doch irgendwas mitgebracht. Ja, aber ich glaube nicht das, was wir brauchen. Aber, ob das das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Weil, wenn wir das hätten, wenn wir das hätten und genug Diamanten hätten, könnten wir uns einen Solar Generator machen. Ach so, okay. Kommt dann hier nochmal die Kohle rein in den Pulverizer, ne? Ne, in den Steam Dynamo. Ja, Steam Dynamo, genau. High Temperature Fernase Generator. Ach du Kacke, ey. Ein Pink Generator. Pink, den will ich. Mit einem Herzchen obendrauf. Das ist aber süß. Wie macht man den? Steht nicht drin. To generate using the power of love. Oh. Wie geil. Mit Liebe funktioniert der. Also kann man doch von Luft und Liebe leben. Ja, aber auch nur bei Minecraft. Ja, schade. Oh Mann. Tja. The power of love. Wie romantisch. Ich bin übrigens in der Labe her schon. Total. Ich hole gleich, wer ich ist, ne? Total. Ja, ja, ja. Einmal habe ich schon im... Einmal habe ich schon im... Ich bin gerade was immer überlegen. Ich bin gerade was immer überlegen. Hast du... Ich habe keinen Timer gestellt, Brainy. Ich habe ihn in 13 Minuten nochmal. Okay. Steine, Steine, Steine. Wo habe ich sie denn jetzt da? Um Kabelstommen herum kann Lava ja nicht weg, oder? Nein. Okay. Hast du vor? Naja, wirst du sehen. Oh. Nein, ich habe vor, so wie du deine Oak Barrels dahingestellt hast, um Erde zu machen, habe ich jetzt vor, hier meine Blöcke hinzusetzen, um Lava zu machen. Ja, doch, Lava zu generieren. Okay. Und einfach ganz viele, ähm, das heißt ganz viele, aber wenigstens mal drei Stück, hier hinzusetzen. Also diese, äh, was sind das? Weiß ich nicht. Rubble Stones? Was ist das denn? Wo das, wo Lava reinkommt, weißt du? Wo du die Steine reinmachst, damit sie geschmolzen wird. Ich fühle es gerade nicht mehr an. Ist ja auch egal. Du siehst du. Genau. So. Ach. Weißt du, was hast du hier gesprochen? Meine Pickaxe treffen wir uns an der Kreuzung. Ja, seit wann kommt denn der Knochen zum Hunden, Tucker? Das hat erstmal, äh, Kinsey geschrieben. Ah, okay. Und zweitens hab ich mir, hat er mir die ja geliehen, also muss ich die auch zurückbringen. Ach. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Das stehe ich in deren Schuld. Das ist, äh, leider in diesem Fall so. Dann habe ich nichts gesagt. Wer hat denn die Eimer? Hast du die Eimer? Ja. Gibst du mir die gerade mal, bevor du wegläufst? Nee. Da ist ja noch keine Lava fertig. Sag mal. Bin schon unterwegs. Bist du heute mal wieder richtig nett. Herz aller liebst. So ist es. Hier, Hiro, falls du das mal siehst, weiß ich ja nicht, guck dir mal die schiefe Spitze an. Das musst du nochmal reparieren. Das geht so nicht. Wenn du zurückkommst, geh mal an unseren Feldern vorbei und guck mal, ob du da was holen kannst. Zum Essen machen wir. Okay? Ja, ja. Ja, ja, heißt, ne? Ja, ich muss hier mal kurz kommunizieren. Kommunizieren. Vielleicht eine Schere geschenkt. Mit welch einfachen Dingen man Schneckball zufrieden machen, zufrieden stellen kann. Beschenkengut. So, ich komm wieder. Siehst du, da hab ich auch noch was abgestaubt. Weil ich doch immer so gerne Laub schneide. Bestimmt. Bestimmt hat er sich das gemerkt. Ne? Auch nur deswegen, auf jeden Fall. Ich hab mich verarscht. Du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Doch, natürlich. Wie käme ich dazu, dich nicht ernst zu nehmen? Okay. Solltest du dir auch überlegen. Hast du jetzt eigentlich nichts mehr zu essen oder warum hast du das gesagt? Ne, wir haben aber bald nichts mehr zu essen. Ach, das reicht noch nicht mehr, dieser verkackten Lava. Wie macht man denn diese Cruciables nochmal? Weiß ich nicht. Musst du mal nachlesen. Wie werden die nochmal geschrieben? CRU. Was, was, was? CRU. T. U. T wie Cäsar. Ach, C. Gut, ja. R wie Richard. U, ja. U. Okay, ich seh's schon. Ich seh's schon. Okay. Cool. Warum kann ich das denn nicht anklicken? Ich kann's... Ach, Quatsch. Weil ich auch einfach hier hingucken muss. Weil ich einen und Dings brauche. Oh, wir brauchen Porzellan. Clay und Bone Meal. Clay und Bone Meal. Haben wir Clay und Bone Meal? Ich glaub schon. Ich hab übrigens einen Labereimer. Sehr gut. Und womit verbinden wir die jetzt? Wir müssen die doch verbinden. Bestimmt mit, äh... Fluid Duck, ne? Wäre eine logische... Ja. Bambi. Ich versuch das mal. Wo haben wir denn Clay? Äh, in dem Siebending vielleicht? Sieben? Was ist mein Diamanthammer hier? Wird wahrscheinlich meiner sein. Nee, ich glaub schon, dass es deiner ist. Nee, ist deiner. Meiner ist in der kleinen Kiste. Äh, nee, also da ist er nicht dran. Unter Sieben. Vielleicht haben wir auch keinen mehr, also... Wie kriegen wir Clay nochmal raus? Oh mein Gott, ich vergesse das immer so sehr. So wie du bei Arma immer alles vergisst, so vergisst du bei Minecraft immer alles. Ja. Aber komm, ich hab mich schon gemessert. Ich weiß, rechts ist erst die ID, ist die Map, dann Doppelalt, äh, ist für Sicht im Auto. Und Enter ist für, äh... Ich bin grad positiv überrascht von dir. Nee? So, wie verbinde ich... Oh. Wie verbinde ich das dann jetzt? Schrift? Oh! Ja, Moment. Oh. Ich, äh, hab hier grad noch ein paar Schwierigkeiten. Kriegt man Clay nicht anders da irgendwie? Nein. Was? Nein. So, jetzt füllen wir hier mal einen... Ach nee, das ist wieder falsch. Och Mann. Bitte Nacht lassen. So, ich hab jetzt da Lava drinne. Ja. Und das steht jetzt, Time remaining, zwei Sekunden. Keine Ahnung, was dann jetzt passiert. Kann ich nichts. Power Level. Eins. Musst du in den Planter was rein? Ja, logischerweise schon, ne? Hm, Saplings nehm ich mal an, oder? Ja. Ich glaub, da sind 17 drin. Hast du eigentlich, äh, beim Herkommen nach außen geguckt? Nein. Ich mach das gleich. Kannst du deine nächsten Folgen machen. Da ist jetzt... Wie spät haben wir's denn? 20. Ich hab, glaub ich, ja grad eben einen Enderman gehört, der mich nicht verhört haben sollte. Du, ähm, lass uns, lass uns mal ins Haus gehen, Brainy, und da die Folge benden, okay? Ja, ich muss hier grad mitgegen Skelett kämpfen. Ja, ich... Wir dürfen ja nicht pennen. Alles safe. Kann nur sein, dass ich etwas... Oh mein Gott, wo steckt denn der Fall da bei mir drin? Ah, nur im Arm und sonst in allen irgendwelchen Körperteilen. Okay. Ähm, hu. Flütt, dukt, dukt, flütt, dukt. Boah, war klar, dass das falsch ist. Wird, glaub ich, nur mit einem D geschrieben, oder? Ja, das ist doch kackegal. Das ist doch kackegal. Leadstone Energy. In der nächsten Folge. Genau. Okay, ähm. Damit... Oh mein Gott. Damit... Ich dachte, du wärst schon disconnected. Nee. Weil du auf einmal weg warst. Aber meine Freunde guckt, weg war so. Ja, aber ich verstehe jetzt kein Wort mehr. Also lass uns mal eben schnell die Folge benden. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.